die presse hat einfach fotos von 12 oder sie wussten wer wir sind die sitze hier wieder diesen perfekt hier redet mal während der film davon und läuft ich möchte spannend so ins kino zu gehen hier melodie vorne so einen kleinen verschwommenen bildschirm ausschnitt und eine zeit oben die abläuft naja weil sie wir haben 25 klüben mittlerweile die wir 26 klüben was ja eine dazu bekommen um 118 geld und mehr geld um uns die eine konsole leisten zu können aber wir haben auch ein vlog aufgenommen mit einem bearbeiten dann auch hochladen können aber noch anderes video und dann sollte es passen das spiel passiert warum und wieder zurück das geld auf abgeschlossen ich habe dich doch reparieren lassen reparieren ja so repariert man aber machen 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 oder die sachen packen kein filter mono oder stereo komm dann mach ich einfach mal als stereo kino vlog ok hier haben wir jetzt die teile das passt eigentlich ganz gut hier so passt schon besser geht es nicht ein paar sachen rein klatschen ich kann einfach drauf drücken ok bau überall noch ein rekord gut karten wieder eine karte kommt gebär solche kann ja hier meine karten ich hab mal auswählen und zwar nehme ich das hier die drei sachen nicht mal rein mehr aktivieren ja viele sagen kann ich aktivieren ok ich hätte gerne einen philosophischen kommentar mit dabei und einen kurzen kommentar was warum 17,1 also 17 karten das ist cool ich sollte das video zu heute schon fertig haben ja leider hatte ich die konsole nicht ja gestohlenes video will ich eh nicht haben das passt dann wieder urheberrecht geschützte musik ok so ähm manchmal ein neues gaming video halt ne oh das wird auch nicht mehr so auch nicht mehr das war aber unbedingt die neue konsole mono nehme ich hier wieder das ist da besser scheiß auf den namen bei dem spiel so eine formelle begrüßung kurzen kommentar lustige kattek verdammt ein philosophischen kommentar verdammt ich hab glaub ich damit alles rausreißen kann wobei wenn ich das so schneide das ist echt gut ein dreißiger interesse nur wow ich brauche neue spiele ich will eigentlich die konsole haben ja lad hochkommen arbeiten gehen man kann ich nicht programmieren bin ich dafür zu blöd das kann ich alles für kurse eigentlich machen ähm video nachverarbeitung für anfänger fotografie für anfänger schauspiel für anfänger computerwissen für anfänger turbehaltung für anfänger videoaufzeichnung für anfänger ich glaube ich nehme mal computerwissen für anfänger das sagt mir nicht was besser kommt ich könnte mir vorstellen dass ich mir einen besseren pc zusammen basteln kann und vielleicht auch mal irgendwann hd videos macht und warum habe ich jetzt nicht wie diesen kurs gestartet und nichts passiert ich habe doch hier jetzt geld für bezahlt was ist denn jetzt los damit so das war das essen das war ein sandwich mhm mhm na komm programmieren gehen jawohl geh mal geh programmieren junger so und dann muss ich auch bald dann schon wieder neues video aufnehmen weil das hier bald fertig ist erstmal hier einkaufen was gibt es denn so für coole spiele momentan topseller und das ist recht günstig das kann ich auch mal den alten holen ersetzen warum hier 100 ersetzen warum hier 100 ersetzen funktioniert doch alles oder was bringt es mir wenn ich ersetze naja hm ne ich wollte so behindert dass wenn man beim Fall vorbei klickt so nochmal ein Gameplay dazu. Machen wir mal Gameplay. Irgendwie fühlt es dir noch so, dass man Thumbnails erstellen muss. Das wäre wirklich cool. So einen philosophischen Kommentar zwischendurch mal. Der überhaupt nicht reinpasst mal wieder. Ratschlag. Und... Kurzen Kommentar. Und eine Wink in der Verabschiedung. So, dann gehen wir mal ein Schneiden drüber. Äh, zack. Da der Anfang. Weil es passt alles echt gut ineinander eigentlich. Relativ guter Interesse. Und gute Videoqualität. So soll das. Und hochladen. Wieder mal schlafen. Neues Kärtchen. Äh... Die Aufrufe eines Spiels erhöht sich mit der Anzahl von Videoaufnahmen eines Spiels. Okay. Also wenn ich von einem Spiel viele Aufnahmen mache, werden die Klicks immer mehr. Aha, mehr Likes. Ich nehme tatsächlich das da. Na ja, essen müsste ich eigentlich schon wieder. Und Brot. Weil Brot ist unendlich da. Jeder kann Brot haben. So, dann starten wir mal den Kurs hier. Ah, jetzt geht er auch zum Kurs. Oder was? Ja, diesmal macht er ja auch. Da hat man beim anderen nochmal irgendwie jetzt eigentlich funktioniert anscheinend. Also eigentlich habe ich mir jetzt 50 Euro draufs Boot geholt. Zweimal, einmal Karten, wurde es einfach nicht geschickt. Ist verschwunden. Ich habe nachher aufgehabe, kaufe ein Spiel. Habe ich erledigt. Schau mir beim Spielen zu. Kann man auch Livestream später. Ja, wäre sehr cool. Ah, zocken bisschen. Warum kann ich mir immer mit? Ah, nee, danke. Ich muss ein bisschen Computerwissen für Anfänger lernen. Okay, unsere Glory of Harpoon ist auch bald durch. Los, komm, weiß ich mal ein bisschen mit deinem Computerwissen für Anfänger. Das kann ja nicht so viel sein für Anfänger. Steht drin, wie du am PC startest oder was? Drücke auf das Knöpfchen auf der Vorderseite. Warte, ob ich da am PC hochgefahren ist. Ich habe wohl keine Erfahrung dazu bekommen. Wie muss das? Aufrüsten. Ja, gucken wir mal, ob ich jetzt irgendwelche neuen Sachen mittlerweile aufrüsten kann. Ich kann mir ein Full HD Monitor holen und ein weiß-blaues Gehäuse mit USB 3.0. Und eine neue Kamera. Okay. Das ist gut zu wissen. Na, dann muss ich mal ein bisschen was sparen. Aber ein neues Gaming Video. Von dem Spiel habe ich noch nichts gemacht. Und los, wieder ein Konsolenspiel. Alles klar. Alles klar.